Foto, Video und Multimedia Weitwinkelobjektiv, das kann zum einen vierfach zoomen, zum anderen mit Weitwinkelobjektiv natürlich auch perfekte Panorama und Landschaftsaufnahmen machen oder größere Gruppen fotografieren. Da brauchen Sie nicht zu weit weg gehen, die Gruppe bekommen Sie immer komplett aufs Bild. Außerdem hat die Kamera eine optimierte Gesichtserkennung mit dem Unterschied, dass sie tatsächlich Erwachsenengesichter und Kindergesichter erkennen kann. Das heißt, sie stellt also dann die Gesichter immer optimal dar und bearbeitet dann automatisch die Gesichter so, dass sie perfekt dargestellt werden und löst immer dann aus, wenn die Gesichter lächeln. Das ist großartig. Kann natürlich alles individuell noch eingestellt werden, aber das ist natürlich ein ganz besonderes Gimmick, diese optimierte Gesichtererkennung. Außerdem hat sie, wie sich das gehört, eine intelligente Motiverkennung. Das heißt, sie erkennt automatisch, was sie vor der Linse haben, was sie fotografieren wollen und stellt dann natürlich alle Parameter so ideal ein, dass sie ein ganz hervorragendes Fotoergebnis natürlich immer wieder bekommen. Außerdem der optische Steady Shot. Das heißt, natürlich werden auch Bilder digital stabilisiert, wenn die Gefahr besteht, dass sie ein klein bisschen verwackeln. Dann ist der Steady Shot für sie da und macht natürlich auch das perfekte Bildergebnis klar. Hohe Empfindlichkeit mit ISO 3200. Das heißt, auch im Dämmerlicht bekommen sie immer noch absolut ideale Fotoergebnisse und unterdrückt dabei natürlich bei hohem ISO-Wert das Rauschenideal. Das heißt also auch, wie gesagt, wenn es besonders dunkel ist, keine Grobkörnung, sondern ein ideales Bildergebnis. Ein großes 3 Zoll LC-Display haben wir hier hinten drauf, wie Sie es gerade sehen können. Natürlich auch in bester Qualität. Sie können also von allen Winkeln drauf schauen und erkennen das Foto, das Sie gemacht haben oder das Sie machen werden, natürlich immer noch in bester Qualität. Ansonsten hat die Kamera noch einen HD-Ausgang. Das heißt, wenn Sie die Kamera also an Ihren hochauflösenden Fernseher anschließen, dann können Sie Ihre Bilder dann auch noch in HD-Qualität natürlich auf Ihrem hochauflösenden Fernseher anschauen. Die Sony W230, eine hochqualitative Kompaktkamera von Sony, die wir Ihnen natürlich zum Bestpreis ans Herz legen. Bei uns auf www.fotemia.de Wir sehen uns bei uns in! the Untertitelung des ZDF, 2020